Jutta Kleinschmidt, die Wüstenkönigin Wir müssen es heimlich machen, so sprach die resolute Enddreißigerin und schob das dreirädrige Gefährt zusammen mit ihren beiden Söhnen im Morgengrauen auf die Straße. Obwohl es knattete und stank, obwohl niemand wusste, ob das Fuhrwerk des Teufels nicht in die Luft ginge, setzte sie sich beherzt ans Steuer und lenkte das von ihrem Mann, Karl Benz, ertüftelte Modell 3, die 106 Kilometer zu ihrer Mutter nach Pforzheim und zurück. Weil ihr Mann noch mit sich rang, weil er sich nicht traute, wurde Bertha Benz nicht nur zur ersten Langstreckenfahrerin in der Geschichte. Sie fuhr an diesem Augusttag im Jahre 1888 auch das Automobil zu seinem Erfolg. So verheißungsvoll wie dieser Anfang schien, so einmalig blieb er für lange Zeit. Frauen am Steuer, Frauen auf der Piste, das kam nur allmählich in Gang. Männer tun sich schwer damit, Frauen im Autosport ernst zu nehmen, wiederholte eine, die es wissen muss, immer wieder. Jutta Kleinschmidt, Rallye-Fahrerin von Weltrang, bekam seit dem Januar 2001 bevorzugt eine einzige Frage gestellt. Wie konnte sie, eine Frau, die berüchtigte Strecke Paris-Dakar gewinnen? Die härteste, längste Wüstenrallye der Welt? Die männlichen Favoriten standen mit ihr auf dem Siegerpodest. Ganz oben auf dem Treppchen aber stand Jutta Kleinschmidt. Seither ist der Marathon der Männer nicht mehr die Bastion der Machos. Die Dakar, wie sie in der Motorsportwelt heißt, benannt nach ihrem senegalesischen Zielort, war seit jeher Kleinschmidt's Traum. Die gefährlichste Langstreckenrallye der Welt führt nicht über Straßen und Pisten, sondern durch unwegsames Gelände. Der größte Teil durch die Sahara. Man brettert bis zu 800 Kilometer pro Tag durch acht Länder. In 17 Etappen geht die Strecke über Spanien, Marokko, Westsahara, Mauritanien, Mali, Guinea und Senegal nach Dakar. Bald nach ihrer Gründung 1978 stieg diese Rallye zu einem der bekanntesten Sportereignisse weltweit auf. Nur etwas für ganz Hartgesottene. Im 23. Jahr war der Sieger eine Frau. Daran hat sie angeblich selbst nicht geglaubt. Also ehrlich. Da fährst du ein drei Jahre altes Auto, einen Gebrauchtwagen sozusagen. Und du weißt, wenn alles gut läuft und wenn nur wenige Fehler passieren, schaffst du es unter die ersten fünf. An Sieg war nicht zu denken. Sie hörten eine Hörprobe aus der Reihe Frauen, die gefährlich leben Berufsrisiken Von Edelgard Abendstein Gesprochen von Nicole Engeln Weitere Informationen und Downloadmöglichkeiten zu diesem Hörbuch und dieser Hörbuchreihe mit Biografien außergewöhnlicher Frauen sowie dem Verlagsprogramm von CC Live finden Sie im Internet unter www.frauengenial.de sowie www.cclive.de Viel Spaß beim Stöbern und Hören 4 das ganze Mal 2 5 6 9 9 1 2